So, hier ist nochmal der Guru von Mallorca. Im letzten Video, oder unterm letzten Video, hat sich der gefragt, wo denn unser Winterquartier ist. Ich sag hier, aber wir werden nicht sagen, wo es ist, weil, warum? Wenn ihr hierher kommen wollt, müsst ihr nach Palma, wir holen euch ab, werdet ihr schon finden, wo es ist. Ich kenne die Adresse selber nicht. Aber, da hinten geht es gleich weiter, das Haus steht jetzt seit, also das Haus, das Grundstück mit allen Häusern drauf, steht jetzt seit 1991 so rum, ungefähr leer. Hier sieht das jetzt so aus, es ist halt verlassen, man muss es ein bisschen aufräumen, aber das sind hier gerade erst mal die Stallungen. Guck sie mal, ich laufe mal gerade ein bisschen durch hier. Jedenfalls ist es hier um einiges wärmer als am Strand, Windgeschützter, bietet Platz für, keine Ahnung, wie viele Leute, guckt euch das mal an. Hier können wir Partys in großem Stil feiern. Hier ist noch ein Garten, ein bisschen, ne, da so. Und hier alte Stallungen. Hier kann man echt alles reißen. Ich habe gestern noch nach Leinwänden gefragt und hier stehen überall Leinwände rum. Jetzt brauche ich letztendlich nur noch ein bisschen Farbe und Pinde. Und dann kann ich meine tollen Bilder auf groß malen. So, hier, ne, wie gesagt, steht Jahre leer, kann man was dran machen. Und, ja, ich kenne das ja, ich weiß ja, was man hier mit der richtigen Einstellung auf solchen Rohdiamanten, mit ein bisschen Zeit und Arbeit. Ola. Stallungen. I show, oh ja, you found tools too. Perfect. Hier ist ein bisschen niedriger, aber hier gibt es das ganze. Mach mal. So. Ach, hier war das mit der Werkstatt. Hier war eine Werkstatt drin. Hier ist Glas unter mit den Füßen. Jetzt in Platitus. Hier war meine Werkstatt drin. Hier liegen halt teilweise auch noch Werkzeuge rum. Und andere Sachen. Ich habe keine Ahnung, wofür es gut ist. Ich glaube, das war mal ein Sessel. Hier steht der Rest davon. Die Elektrizität müsste man ein bisschen, wenn wir hier überhaupt Strom brauchen, ein bisschen auffrischen. Also, klar, wir werden Strom brauchen können, gebrauchen können, aber machen wir uns aus unseren eigenen. Hier nochmal Schweinestelle, Scheiße, alles. Hier haben schon andere kein Liebesnest gebaut, sondern hier hängen halt die Slacklines von den Jungs. Also, von einigen, einigen aus der Truppe aus Kalawadkes ist das hier halt auch schon länger bekannt. Kai, willst du mal Hallo sagen oder willst du raus? Was? Willst du mal Hallo sagen oder willst du raus? Na toll, hier fliegen die Bücher aus. Ja, Mann. Das war Patek, der ein Buch aus dem Fenster nach dir geschmissen hat. Oh, Beule. Das ist halt jetzt fast mein Kopf getroffen, Mann. Das ist ein bisschen cool, Mann. Boah, Alter, ich will, das wäre fast mein Kopf gewesen, Mann. Hör mal auf, bitte. Die Jungs. So, hier habe ich eben schon was freigekehrt. Swimmingpool. Wie gesagt, muss man ein bisschen sauber machen. So, und bevor das jetzt alles viel zu lang wird hier, Terrasse und zu dunkel, zeige ich euch den Rest einfach. Das nächste Mal, wenn wir hier drin sind. Nicht wahr? So, bam, bam, bangarang, Neverland. Wir erweitern das Neverland von Kalawalkes nach hier. Scheint so, als sei das nicht nur ein Winterquartier. Wenn man hier ein bisschen reinsteckt, haben wir hier einen geilen Sommergarten und ein zweites Zuhause zusätzlich zu Kalawalkes. So war es gedacht. Tschüss. 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 Tschüss.